So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen und wir haben schon Level 20 und mit jeder andere Gilde, außer die Gladiatoren-Gilde. Also ich war top motiviert, privat. Das muss man schon sagen, deshalb einiges gesagt gehabt, wir brauchen, also ich kenne mich jetzt schon viel besser aus. Also ich habe mir einfach privat ein bisschen durchgeschaut und so das Ganze. Ich habe es sogar schon einmal gemacht. So Fangzahn, wo war das da? Da war das. Das ist da wahrscheinlich. Da Fangzahn, Ohrringe, da. Das ist der nix. Fangzahn, Ohrringe. Haben wir da Messingbarn brauchen wir da wieder. Ja, da haben wir eh genug. Da habe ich eh durch die Minen gehe, da habe ich da eh schon blusos. Da war ich auch wieder was. Alles klar. Okay, sonst so die Fähigkeiten schauen eigentlich alle relativ gut aus, dass wir da auch wirklich gerade arbeiten können. Und man sieht, das definitiv war kein da wieder arbeiten. So, dann machen wir sich gleich einmal ein paar Sticker machen. Wie viel gehen? Ja, 20 Pogern da nicht, und wenigstens machen wir da gleich mal 5. So, und jetzt schauen wir mal im Hintergrund da so ein bisschen zu. Na, bis da. Bis dann, was? Da kriegen wir mal auch gute Punkte. Uuiuiuiui. Alter, geil! Weil ich habe immer weiß, dass ich immer so ein bisschen eher so Kleinigkeiten gemacht. Und dann habe ich halt keine Scherben mehr gehabt. Aber jetzt haben wir halt wieder auch welche. Ich habe extra noch gestern geschaut, dass wir ja auch genug Scherben können. Noch für heute. Aber wenn wir da schon ein paar Videos machen, dann muss man extra wieder 100.000 Mal tauschen. Es hat mir immer leid an, dass wir da die Mission begonnen haben und da nicht zu Ende gebracht haben. So, sicher fangts an. Boah, ich ne. Ja, da machen wir mal. Ja, müssen wir sowieso mal eins machen. Ich brauche ein paar fangen. Ich meine, wir müssen drei machen. Das will ich mir fest ein. Aber da gut. So ganz komplett kenne ich mir jetzt auch nicht aus. Das muss ich aber auch dazu sagen. Aber man lernt mit. Man lernt wirklich nichts mit dem ganzen Zeug da. Weil ich habe mir ja auch eine viel bessere Rüstung gekauft. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz durch den WC. Also es ist so einiges. Es ist so einiges weitergekommen, sagen wir es so. So Messing-Kill-Stücke baut man dann. Alles klar, da müssen wir dann auch schauen, dass wir dann wieder... Ey, bist du eh, du bist 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 eh. Ich schissen, Alter. Wie, du machst das dann noch mal. So, sonst muss ich das wieder machen. Oh, Wahnsinn mit dir. So. Ja, das ist ganz normal Standard. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Da haben wir ja zum Beispiel da die Rüstung, da habe ich mal das Kauf mit Level 20. Wann war das jetzt schon Level 20? Ja, nein, Level 18. Da sagt uns dann, nee, da ist dann klar mal viel besser. Das wäre viel besser dran. Dann, das war ja auch unser Problem. Wir haben ja noch eine viel zu niedrige Stufe gehabt. Eine viel zu niedrige Stufe haben wir noch gehabt. So, Messing-Kill-Stücke. Ja, waren wir noch nicht. Brauchen wir. Machen wir mal eins. Machen wir mal eins. Jetzt geht's ja locker aus. So, bauen wir ja nur noch die... Bauen wir ja nur mal das. Ich muss auch mal zur Post schauen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal auch die 60 Tage gekauft. Ja, nur damit du es jetzt auch mal erwähnt haben. Damit ihr euch ja sicher sein könntest. Da kommt noch was. Ah, scheiße. So, wir haben die 7-W-Sluft. Da haben wir mal eins. Ich habe mir da gehabt, wenn sie das schon schreibt, ein paar habe ich überhaupt acht gehabt. Ich brauchte ein paar, aber na gut, dann haben wir gerne mal Bruchpunkte dazu, sagt sich nicht. Ist ja auch wohl nichts Schlimmes. Alles klar. Ich habe den Verstehbar gar nicht. Oh. Also, also. Das ist ja auch. Ich kann sie auch von vorne nehmen. Muss ja nicht von hinten schauen. Ich kann auch, was so schlecht ist. Ach, gib mir mal raus. Ach, komm. Ah, den du musst dann auch gleich wieder überreichen. Ja, den du musst dann wieder überreichen. Na, schau. So, gehen wir das jetzt. Bin ich mal gespannt, was der Robert. Robert. Was dazu sagt. Ja, das ist ja ungefähr, die geschießene. So, einmal. So, ich habe noch ein paar mehr dazu. Das ist kein Problem. Ich gebe mir gleich mal welche aufs Haus. Das ist kein Problem. Das ist ja auch da. Wir waren vorhin 500.000, jetzt aber nur noch 64.000. Hahaha. Aber wenn unser, also wenn mein Hoverer dann nicht das Geld hergeben hätte, halt. Das ist ja nie ausgegangen, dass der irgendwie dann was macht. Okay, dann nehmen wir die acht. Perfekt mit dich, ich muss wirklich mal austauschen. Und dann nehmen wir die acht.